Willkommen bei Finanztalk TV. Jörg Meuthen, langjähriger Vorsitzender der Alternative für Deutschland, kurz AfD, hat hingeschmissen. Über das Warum wollen wir Sie in diesem Beitrag informieren. Wenn Sie dieses Thema interessiert, bleiben Sie bis zum Schluss dabei. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal unterstützen. Geben Sie diesem Video einen Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal und betätigen Sie die Glocke, um keinen weiteren Beitrag zu verpassen. Doch jetzt zu Jörg Meuthen. Wie ein Kommandant ohne Truppen. Jörg Meuthen, der Vorsitzende der AfD, tritt von seinem Amt zurück und verlässt die Partei. Für den Verfassungsschutz dürfte das ein Grund mehr sein, die Dinge im Auge zu behalten. Der langjährige AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat sich im internen Machtkampf geschlagen gegeben und verlässt die Partei. Mit seinem Austritt verbindet sich eine scharfe Verurteilung des derzeitigen Zustands der AfD, die er bis zuletzt in eine gemäßigtere Richtung zu lenken hoffte. Jörg Meuthen hat sich entschieden, die Partei zu verlassen. Meuthen bestätigte gegenüber dem ZDF, dass er von seinem Amt zurückgetreten ist und die AfD verlassen hat. Gegenüber den Hauptstadtstudios von WDR, India und ARD hatte Meuthen seinen Entschluss bereits erklärt und gesagt. Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts. Teile der AfD stünden nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Er stellt folgendes fest. Ich sehe da ganz klar totalitäre Anklänge. Mit seinem Bekenntnis zu einem anderen Kurs sei er als Parteivorsitzender gescheitert. Die AfD habe etwas Sektenartiges in der Politik etabliert, insbesondere im Bezug auf Corona. Die Zukunft der AfD sehe er allenfalls als Regionalpartei in Ostdeutschland. Die AfD, so Jörg Meuthen, habe eine radikalere Haltung eingenommen. Das wolle er nicht mitmachen. Zudem habe er festgestellt, dass der Vorstand ihn in wichtigen Fragen nicht mehr unterstütze. Meuthen trat als Vorsitzender der AfD zurück und kündigte seinen Austritt aus der Partei an. Er erklärte. Ich habe mich zunehmend wie ein Feldherr ohne Truppen gefühlt. Meuthen hofft, seinen Sitz im EU-Parlament zu behalten. Seit Juli 2015 war Meuthen einer von zwei Bundessprechern der rechtspopulistischen Partei. Der Wirtschaftswissenschaftler ist Mitglied des Europäischen Parlaments und möchte seinen Sitz behalten. Er war lange Zeit mit seiner Partei zerstritten. Sein Vorschlag, den weitaus radikaleren Flügel der AfD abzuspalten, stieß bei vielen auf Ablehnung. Meuthen hatte sich auch gegen eine Verschärfung mehrerer politischer Maßnahmen seiner Partei ausgesprochen, wie etwa dem Dexit, dem Austritt aus der Europäischen Union. Der Austritt Meuthens könnte vom Verfassungsschutz als Zeichen der Radikalisierung gewertet werden. Bereits im Herbst hatte er erklärt, dass er sich nicht erneut um das Amt des Vorsitzenden bewerben werde. Auf einem Parteitag im Dezember hätte ein Nachfolger für ihn gewählt werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde dies jedoch verschoben. Die nächste Wahl war für Juni vorgesehen, doch so lange wollte Meuthen offenbar nicht warten. Laut einem Schriftsatz, den das Bundesamt für Verfassungsschutz im Rechtsstreit mit der AfD veröffentlicht hat, bedeutet sein angekündigter Rückzug eine Niederlage gegenüber den radikaleren Mitgliedern der Partei. Im März könnte die Partei als Ganzes vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Der Geheimdienst könnte Meuthens Rücktritt nun als zusätzliche Begründung für eine Gesamtbeobachtung nutzen. Wegen des laufenden Gerichtsverfahrens lehnte der Verfassungsschutz eine Stellungnahme jedoch ab. Der Vorstand der AfD zeigte sich von dem Rückzug völlig überrascht. Noch vor der Vorstandssitzung waren die Parteivorsitzenden Tino Krupalla, Stefan Brander und Joanna Kota allesamt überrascht über Meuthens Entscheidung. Viele Mitglieder des Parteivorstandes haben ein schlechtes Verhältnis zu ihm. Meuthen hat in einem ARD-Interview mehrere seiner Gegner namentlich genannt. Krupalla, Weidel, Gauland, Höcke, Brandner nicht zu vergessen, die werden sich richtig freuen, dass ich nun endlich weg bin. Im ZDF äußerte er seine Enttäuschung über Alexander Gauland, mit dem er zuvor erfolgreich zusammengearbeitet habe, der ihm dann aber in den Rücken gefallen sei. Das ist auch eine menschliche Enttäuschung. Zum Rücktritt von Meuthen, Co-Fraktionschefin Weidel und Sprecher Brandner. Die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, reagierte verärgert auf das Interview von Jörg Meuthen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Meuthens Parteiaustritt nichts mit seiner Immunität im Europäischen Parlament zu tun hat, sagte sie. Dass er nun ideologische Gründe vorschiebt und die Partei, der er lange vorgestanden ist, mit Schmutz bewirft, spricht nicht von Charakter. Laut Stefan Brandner, dem stellvertretenden Bundessprecher der AfD, hat Meuthen eine gute Entscheidung getroffen. Er hat in den letzten Jahren kein glückliches Händchen bewiesen, aber das war mal eine gute Entscheidung. Meuthen habe sich in den letzten Jahren vergaloppiert, so Brandner, was sich auch in seinem Spitzenwahlkampf zur Bundestagswahl zeige. Der Rücktritt habe keinen wesentlichen Einfluss auf die innere Struktur der Partei. Seine Immunität wurde als Folge der Parteispendenaffäre aufgehoben. Auch Meuthen war zuletzt wegen einer Parteispendenaffäre in die Kritik geraten. Ihm wurde von ZDF frontal und korrektiv vorgeworfen, unerlaubte Wahlkampfhilfe von der Schweizer Go AG angenommen zu haben und persönliche Beziehungen zum Milliardär Henning Conle zu unterhalten. Daraufhin stimmte der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments für die Aufhebung seiner Immunität. Seit Ende 2017 war Meuthen Mitglied des Europäischen Parlaments und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion für Identität und Demokratie. Sein Abgang folgt dem anderer ehemaliger Parteivorsitzender, Bernd Lucke war ausgetreten und hatte eine neue Partei gegründet, auch Frauke Petry hatte dies gewagt, beide ohne politischen Erfolg. Ich werde nicht dazu aufrufen, dass zehntausende Menschen die AfD verlassen, sagte Meuthen zu seinen Zukunftsplänen. Soweit der Beitrag zum Parteiaustritt von Jörg Meuthen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal unterstützen. Geben Sie diesem Video einen Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal und betätigen Sie die Glocke, um keinen weiteren Beitrag zu verpassen.